Wer bewirkt wen? Unser Held Sitalipinu hat einen klaren Kopf und weiß, was er tun muss, damit er seinen Raum bekommt. Aber er ist auch bereit, der Leitstute der Herde auszuweichen. Hallo zum neuen Video. Ihr seht die Entwicklung von Sitalipinu in vielen kleinen Clips. Ich will euch nochmal die Gelegenheit geben, einen Überblick über die gesamte Trainingszeit zu haben und einiges Revue passieren zu lassen und zu studieren, was mit ihm so zu erleben war. Sicher hast du schon einen Zugang zur Mediathek. Du kannst die lange Version unserer Videos auf der Seite von Sitalipinu und Fridolin anschauen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017